Ich hab Geld als ein Busfahrer kriegt, von jedem der sich beruflich unterhaltschnecht. Ich hab's mit 30, Pisse saliert, mach mir das dumm erscheint, ist das nicht passiert. Ach, Schwerdach, Bier ist toll, er fühlt ein Euro richtig voll. Ein guter Rausch, lindert die Brot, völlig egal und nach dem Deutschen kein Heißbebot. Doch dem kann man denn heut noch Geheimnisse schenken, wie lange darf man eigentlich noch straffrei denken. Denn online, weil durchs Buch nichts gefunden werden kann, und wenn man sein SEK zur Gehirndurchsuchung hat, Der kann man denn heute noch trauen, kein Ahnung, der war so wichtig, und da ist so sauen, Kabel-Fesch und Ge-Technologie, der hat ja das Klauen-Tage, mit der Bio-Garantie, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was die so gut bringt, dann mach was hier denn dran und krieg mir mein Körbein dringend. Ach, Schwerdach, Bier ist toll, für drei Euro richtig voll. Ein guter Rausch, in der Bino, völlig legal und nach dem Deutschen kein Heißbebot. Neulich wurde mir klar, auch die Liebe ist nicht mehr, was sie mal war. Nein, entweder nervt sie, oder tut weh, ich versenke meine Liebe im Schlachtensee. Ich fern, wo's Bier ist toll, für drei Euro richtig voll. Ein guter Rausch, in der Bino, völlig legal und nach dem Deutschen kein Heißgebot. Wuhu! Wuhu! Ist doch kurz aufmachen, ich hab das so krass.